Schlimm, das ist eine Action-Kamera, die muss ja ausrechnen. Keine Bromikamera, deswegen ist sie so locker. Chemo-Gymnastik, hier! Bitte setzt jetzt schon eure Maske auf, damit wir keinen Ärger bekommen. Also bitte, macht ein bisschen hin! Bitte stellt euch hin! Eins, zwei, drei, vier nebeneinander! Nächste Vierer-Reihe, bitte! Und merkt euch eure Nachbarn! Achtet raus, dass ihr die Reihen beibehalten! So, hier die nächste Reihe! Immer vier Personen in eine Reihe! Ein, zwei, drei, 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 vier! Nach hinten durchlaufen, absteigen, einhalten, gehen zu Ihnen. Wir haben gerade das Problem, dass wir jetzt im Moment nur die halbe Fahrbahn bekommen. Wir haben jetzt normalerweise auch jetzt drüben den Platz. Ich darf mir das jetzt nicht mit dem Sensor reinstehen. Wir haben hier vier Personen, bitte. Wunderbar. Super, jetzt wird hier noch ausgemessen. Ich guck mal, jetzt wird hier noch ausgemessen. Wirklich darauf achten, dass die Abstände stehen. Jetzt ist die andere Seite auch schon offen. Wir lassen uns das zu vollen zeigen. Dieser Aufmarsch ist uns wichtig. Dafür akzeptieren wir auch die komischsten Regelungen. Weil, wo ist denn der 1,50 m Abstand 1? Wenn man jetzt mal guckt, da draußen stehen auch Menschen, die rumgehen, die nicht unbedingt zu uns gehören. In Cafés, im Einkaufen und so weiter. Und hier wird jetzt niemals genau darauf geachtet, dass diese Abstände sein müssen. Und das ist natürlich die Botschaft, die wir auch noch draußen bringen wollen. Wie ungleich hier behandelt wird. Satirische Überspitze. Genau. Wir wie uns in der ersten Hälfte bleibt. Wie es ist der Weg. Wie es ist der Weg. Wie es ist der Weg. Wie man sich in der ersten Hälfte oder die Ärzte. Vielen Dank. Wir werden jetzt gerade von der Orga aufgefordert, hier Abstände einzuhalten. Wir sollten auch von dem Orga jetzt mal abstimmen. Wir werden jetzt auch von der Orga. Das ist auch, dass der Teig und der Teig ist, dass der Teig ist. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Dazu können Sie den gesamten Bereich inklusive der Fahrbahn des großen Sterns nutzen. Ich wiederhole nochmal, für die gesamte Dauer der Veranstaltung sind Sie verpflichtet, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen und wir weisen auf den Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander hin. Vielen Dank. Dann müssen die Leute halt eigentlich hier mal nachziehen. Wir sollten uns jetzt aber nicht irgendwie anderthalb Stunden damit beschäftigen, jede Fläche voll zu machen. Weil ich weiß nicht, was jetzt von hinten noch kommt. Die Richtung Brandenburger Tor. Es wird auch nichts verbrannt, es wird entsorgt. Es ist ein Unterschied. Mit Verbrennungen haben wir in Deutschland schlechte Erfahrungen teilweise gemacht. Was ist das für eine Straße hier hoch? Kann der Teil von der Siegesäule, in dessen Richtung ich gerade schaue, könnt ihr weiter nach hinten laufen in Richtung Brandenburger Tor. Da ist noch genug Platz. Bitte rücken da mal alle nach.